Spießer & Spinner erklärt in drei Fragen. Mein Name ist Andreas Tatzreiter, Gründer und Geschäftsführer von Spießer & Spinner. Spießer & Spinner ist eine Kreativagentur mit Inhouse-Produktion. Spießer & Spinner steht für Werte und Werbung. Wir sitzen gerade in unserem neu gebauten Studio 1000 zu 1. Dieses ist bewusst auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und deswegen sponsern wir den Web-Ad in der Kategorie. Beste Corporate Responsibility-Kampagne. Neuer Kunde oder neuer Mitarbeiter? Neuer Kunde, denn, to be honest, die besten Mitarbeiterinnen haben wir bereits. Kunden gerne aus dem Bereich der Nachhaltigkeit. Künstliche Intelligenz oder menschliche Intelligenz? Ich würde sagen der Faktor Mensch, denn ohne kognitiver Intelligenz hilft dir die künstliche leider nichts. All you can drink oder all you can eat? Ehrlich gesagt all you can eat. Vor allem im Sommer wird auf unserem Sonnendeck der Griller mindestens einmal die Woche angeschmissen. Alle, die das jetzt sehen, die sind eingeladen, spontan und jederzeit vorbeizukommen. Warum einreichen? Auch wir in der Kreativbranche müssen unseren Beitrag zur Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels leisten. Deswegen ist unser Studio 100% klimaneutral und unterstützt nachhaltige Projekte in ganz Österreich. Und genau deswegen sponsern wir den Award in der Kategorie Beste Corporate Responsibility-Kampagne. hier in der Kitze. Jetzt einreichen ein hier gehört und hier liegt